Wie waren die Interessen der Beteiligten im Organteam? Welche Leute haben dort mitgemacht und welche Wirkung hatte das auf die Gesamtorganisation? Also dazu muss man sagen, dass das Isanet Team ja die gesamte Wettwoche organisiert hat und da waren innerhalb dieser Wettwoche einige weitere Großveranstaltungen, die von diesem gesamten Organteam organisiert wurden, unter anderem der Rathausempfang, die Verleihung der Startup Awards, wo eine Verschüre gefunden wurde und und und. Das waren eine ganze Reihe von Veranstaltungen. Das Isarcamp war nur ein Teil Veranstaltungen des größeren Isanet Teams. Also da waren natürlich dann Leute wie der Professor Groß, der die Idee mit dem Isarcamp vorangetrieben hat, der aber auch sich um die Gesamtkonzeption der gesamten Woche kümmern musste und damit nicht nur das Isarcamp unter sich hatte. Und andere, die dann gesagt haben, naja, Isarcamp, das ist so eine basisdemokratische Sache. Ich kümmere mich lieber um die wirklich wichtigen Dinge, wie den Rathausempfang, wenn man von der Stadt eingeladen wird oder so, die dann gar nichts mit dem Camp am Hut haben und sich dann aus der Orga da komplett ausgeklingt haben. Und deshalb war das wahrscheinlich auch der Grund, warum ich als Verfechter der Barcamp-Idee dann hier auch gleich zum Leiter der Ablauforganisation gemacht wurde, weil ich halt einer der wenigen im Team war, die da eine konkrete Erfahrung damit hatten. Wobei die konkrete Erfahrung habe ich mir dann erst von anderen Barcamp-Organisatoren in Form von Checklisten geholt. Also so gesehen war da oftmals eher Skepsis, eher dann der Versuch, Sachen zu planen und zu organisieren. Also eine der Themen, die wir jetzt mal verdeutlichen. Es wurde zum Beispiel diskutiert, ob man die Session-Vorschläge schon vorher bewerten sollte, so wie bei Konferenzen, wenn man einen Call for Papers macht und dann wirklich nur die guten Sessions reinzulassen, dass hier nicht der totale Wildwuchs entsteht. Und als Barcamp-Fraktion habe ich dann gesagt, nee, nee, das werden die Leute schon selber organisieren. Wenn einer was total Affiliates trinkt, wird das kein Interesse finden, das kann hingehen und der Vortrag wird durchfallen. Also da war wirklich einige Grundsatzdiskussionen am Anfang notwendig über das Konzept. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020